Franziska Trögner ist eine deutsche Schauspielerin. Leben Franziska Trögner, Tochter des Schauspielers, Kabarettisten und Regisseurs Werner Trögner und der Sängerin Elfriede Trögner, wurde in Berlin-Mitte geboren. Sie debütierte 1959 am Berliner Metropoltheater, ab 1969 gehörte sie zum Jugendstudio des Berliner Kabaretts Die Distel. Nach dem Abitur 1973 folgte eine schauspielerische Ausbildung bei Doris Thalmer am Berliner Ensemble in Berlin. Sie gehörte ab 1976 insgesamt 18 Jahre lang dem Berliner Ensemble an, wo sie Hauptrollen in Brechtstücken wie Mutter Courage und ihre Kinder, Drei-Groschen-Opa und der kaukasische Kreidekreis spielte. Im Jahr 1981 verlieh ihr die Berliner Zeitung den Kritikerpreis. Seit 1976 spielte Trögner in zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen, so übernahm sie in der 1985 ausgestrahlten vierteiligen DDR-Fernsehproduktion Johann Sebastian Bach über das Leben des Johann Sebastian Bach die Rolle der Anna Magdalene Bach. Aber auch in Filmen wie Ein Engel im Taxi, Minna von Barnhelm, Anna und das Familien Gespenst und die Gänse von Bützo spielte Trögner mit. Sie wirkte zudem in zahlreichen Hörspielproduktionen. Im Jahr 1989 erhielt sie den Kunstpreis der DDR. Nachdem sie 1993 ihr Engagement beim Berliner Ensemble beendet hatte, arbeitete sie freiberuflich, vorwiegend fürs Fernsehen. Dort war sie langjährige Sketchpartnerin von Dieter Krebs sowie Dieter Hallervorden. Einem breiten Publikum wurde sie in der Rolle der Schwester Gertrud in der ZDF-Serie Der Landarzt bekannt. Im Jahr 1997 spielte Trögner als erste Darstellerin die Rolle der Viktoria Voss in der MDR-Kinderserie Mama ist unmöglich. Ihre Rolle wurde dann von Angelika Milster verkörpert. Im Jahre 2001 wurde Trögner für den Deutschen Filmpreis nominiert. Im Jahr 2005 wirkte Trögner in dem Hollywood-Film Charlie und die Schokoladenfabrik mit. Als Synchronsprecherin ließ sie in den Agatha-Christifan-Siffer-Filmungen Miss Marple, Das Geheimnis der Goldmine Annette Bettlend als Dienstmädchen Gladys und in Miss Marple, Ein Mord wird angekündigt Elie Zedkroder als Kellnerin Myrna ihre Stimme. Seit 2000 hält sie einen jährlichen Chansong-Interpretationsworkshop an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. 2015, 2017 und 2019 war sie Jurymitglied bei der Vorauswahl-Finalrunde für den Bundeswettbewerb Gesang Berlin. 2016 wirkte sie bei der Musikwerkstattwoche an der Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch, und einem Meisterkurs Chansong-Interpretation an der Schauspielschule Charlottenburg mit. Im August 2009 erschien ihre Autobiografie fürs Schubfach zu dick, im Oktober 2018 im Eulenspiegel Verlag permanent trendresistent. Seit 2012 moderiert sie ehrenamtlich in Berlin die Veranstaltungsreihe, zu Gast bei Franziska Trögner, zudem gastiert sie mit Soloprogrammen. Trögner lebt im Berliner Stadtbezirk Treptow-Köpenick.